Zurück zu Creativerse mit dem Kinn-Zöpfel. Hi. Hallo Sean. Na, wie geht's euch da da draußen? Eine kurze Sache. Hier hängen eine Million Fackeln. Ja. Wir wurden gerade 50 Millionen mal getötet. Zweimal. Okay, viermal. Vielleicht dreimal. Okay, viermal. Weiß ich nicht so genau. Ja, deswegen. Und ich muss jetzt Kinn sie kurz töten, denn der hat mir ein Item geklaut. Nein, 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 das hat er vorhin von dem Monster, was ich verfolgt bekommen habe, geklaut. Der lügt. Na. Ich mach sowieso in die Kiste. Wir hauen hier denn ab. Achso, wir hauen ab. Achso, ja, wir wollen. Klar, natürlich. Da muss ich gucken, ob das passt. Ich hab noch Elderwood Leaves, die kann ich in den Müll schmeißen. So, ich hab noch die Fackeln, so weit es geht, weil das Loch hier brauchen wir eigentlich nicht mehr unbedingt. Nö, nö. Obwohl, ich hab hier, meine ich, irgendwas gesehen, als ich Blöcke abgebaut hab. Echt? Ja, man kann ja manchmal da durchgucken. Weißt du, was ich mein? Wie vorhin, was du mir gezeigt hast. Das war nicht während der Aufnahme. Obwohl, eine kann ich mal hier lassen, ne? Da war irgendwas... Ach, bestimmt finden wir irgendwann noch einen neuen Dungeon oder so. Ich nehm nochmal den Prozessor mit, wenn's dann geht. Das wäre sehr hilfreich. Und dann verpinkeln wir uns hier raus. Den Prozessor kann ich scheinbar nicht abbauen. Was? Hilfe, 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 Hilfe. Der Prozessor muss hier stehen bleiben. Böses Difi. Es haut mich K.O. Es backt schon wieder. Man kann's nicht treffen, ne? Doch. Wir haben's getroffen. Ah, er hat's alles gelootet. Oh, da ist noch eins. Ich löse nicht. Kein echtes. Ist grad Nacht eigentlich? Ja, es ist Nacht. Oh, hier. Ist ein Pixi. Ich hab's auch getötet. Okay, das sind schon ein paar Bugs, das Spiel. Aber es ist so schön. Ja, das ist ja auch noch in der Entstehung, das Spiel. Entweder es wird grad Tacht. 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 Oder es wird grad Nacht. Es wird grad dunkel. Oh, guck mal, wie sie alle büren. Ey, das fährt jetzt auch geil aus. Den Prozessor kann ich leider nicht mitnehmen. Aber das ist nicht so schlimm. Der wird ja nur aus... Woraus wird denn da gemacht? Ich glaub, der ist nicht so schlimm. Ich hab ein ganz großes Problem. Ansonsten hol ich mir den, wenn ich ein Obsidian-Ding hab. Wo? Ich bin tot. Warum bin ich jetzt tot? Das Pixi hat dich umgebracht. Oh, es hat sich verwandelt in einen Day-Pixi. Ich töte dich. Ach, die verwandeln sich echt einfach? Naja, es ist direkt daneben gespawnt. Nee, das Schwein war aber ein anderes. Das war so ein Night-Pixi hier. So ein brennendes Night-Pixi. Mein blauer Steinfeld. Ich baue Leichtkisten. Dann haben wir beide Zugriff auf alles. Das ist so schön leuchtend. Wir müssen jetzt mal runterkommen, heile. Das leuchtet, das leuchtet. Bevor wir das so teleportieren, möchte ich nach Night-Cards gehen. Roten Pilze. Nimm du die mal mit, ich hab ja keinen Platz großartig. Ah, guck mal, jetzt konnte ich darüber sprechen. Sind das drei Blöcke? Nee. Oh, oh, oh. Ich glaub, wir brauchen auch gar nicht teleportieren. Das ist gleich hier. Da oben, wo das Pixi auf dem Berg ist. Ist das hier eine Schlucht? Oder so? Nee. Aber ich brauch ja dringend einen neuen Internetanbieter, ne? Ich merke nämlich immer wieder, dass das Spiel hier echt saugt am Internet. Oh, nee. Und da weiß ich echt nicht, was ich nehmen soll. Ohne Scheiß. Da bin ich eins und eins oder Vodafone. Ja. Ist ja ein und dasselbe, hab ich gehört. Hat mir eine verlässliche Quelle erzählt. Eins und eins wurde ja angeblich von Vodafone gekauft. Und meine Freundin, die hat ja einen Vodafone-Vertrag mit Handy, ne? Da hat sie nur Probleme mit. Wenn man da anruft, wenn man da anruft, wenn man da anruft, wenn man da anruft, ja, die verarschen, nein, nicht nur. Man ruft da an und die machen gar nichts. Da sind irgendwelche Callcenter-Mitarbeiter, die von nichts einen Plan haben. Ja, nicht nur das. Das nervt mich richtig, ey. Wenn du anrufst, du rufst da an, dann, ja, was hast du für ein Problem? Dann wirst du weitergeleitet, dann wirst du ein Mitarbeiter, der sagt, du musst da nochmal anrufen. Ja. Dann wirst du einer anderen Person geleitet und dann wirst du nochmal geleitet und dann musst du nochmal anrufen. Ja, ich weiß auch gar nicht, warum da so viele Leute noch sind. Magst du den Crafting-Table hier irgendwo hinbauen? Ich wollte ganz gerne hier ein Haus bauen. Ach, willst du hier oben auf dem Berg bleiben? Ja, ich möchte hier ein Haus bauen. Echt? Lass uns hier ein Haus bauen. Oder hast du noch eine Idee? Vielleicht auch lieber hier. Hier ist mehr Platz, ne? Ich hab gedacht, wir gehen irgendwie weiter runter oder so auf eine Ebene. Meinst du? Weil wir auch ein bisschen dann bauen können. Ich weiß ja nicht, was wir noch alles bauen können. Also, dass wir das Haus später bauen. Ja gut, glatte Ebenen gibt's ja nicht so. Doch, hatten wir doch schon welche. Ohne ganz viele Pilze, nimm die mal alle mit. Oh, fünf Stück, sechs Stück, sieben. Oh, da sind auch noch Pilze. Oh, das ist wohl nicht, den ich nicht mit. Hier unten ist noch mehr Pilze. Oh, das ist eine Kiste. Kohle. Oh, Kohle. Ah, hier, hast du die Pilze da? Ich hab hier Pilze, ja. Nein, komm mal her, hier sind ganz viele da. Da sind auch noch welche. Ich glaube, wir sind in einem Pilzbio umgelandet. Ach nee, ist ja gar kein Minecraft hier. Aha, kommst du her? Ja, warte. Wir sind ja raus oder dann nennst du mal weg. Ja, ich hab hier noch Pilze gefunden, die haben mich gelockt. Na, warte, ich hab eine gute Idee. Ich baue hier irgendwann Teleporter hin. Borte dich mal da hin. Oh ja, du bist ja nicht. Dann hast du vor dir überall Pilze, in allen Richtungen Pilze. Pilze. Ja, und wir haben Vodafone und so. Ich hab einen Händlervertrag. Schließt da auf 50 Euro ab. Ja. Und dann buchen die dir jeden Monat 70 ab. Ja, 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 das kenn ich, das kenn ich, das kenn ich. Das ist echt, das ist eine Frechheit. Ich weiß auch nicht, wie das zustande kommt. Mann, diese Rechnung ist auch völlig, äh, weiß ich auch nicht. Kann man nicht, kann man nichts zu sagen. Und wenn du da anrufst, heißt es ja, das kann man ihm nicht helfen, das ist halt so. Ja, das ist echt seltsam. Das ist schon ein richtiger Abzocker vor allem, ey. Okay, du hast mich überzeugt. Hier bleiben wir. Ich werde meinen Handyvertrag auch kündigen. Ja. Wachsen Pilze eigentlich nach, nebenbei immer so? Im April ist es auch soweit bei meiner Freundin, der hört sich auch weg. Äh, geht sich auch weg. Ja, ich wechsle auf jeden Fall, weil jedes Mal, ich mach das jetzt seit, ich bin seit wie vielen Jahren, wie ich Kunde bei Vodafone, seit acht Jahren. Ja, man wird behandelt wie Dreck. Wo bist du? Ähm, auf der anderen Seite vom Teleporter, von dir aus gesehen. Ja, komm mal her, hier sind alles Pilze voll da hinten. Was hältst du davon, wenn wir an dieser Grube bauen? Da ist eine Höhle in der Nähe, da können wir rein. Okay, da komm mal her. Und bei Gelegenheit können wir nochmal alles dicht bauen hier. Also da, wo der Teleporter steht, könnten wir unser Haus bauen. Pilze, Pilze. Oh, lecker, 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 lecker. Ja, komm mal, hier irgendwo, das bisschen hier kann man auch ebenen. Ich guck mal kurz, da hinten sind noch Bäume, weil wir haben hier in der Nähe gar keine Bäume sonst. Ja, so ein paar sind da hinten. Aber wir brauchen... Ja, ich hab noch Saplings, so ist es nicht... Kiste! Mach sie auf, mach sie auf. Kiste, Pilze, Saplings. Geil. Also ich möchte ganz gern... Äh, hab ich ein Crafting Table? Hab ich ein Crafting Table? Nein, hab ich nicht, Mist. Äh, ich hab ein Problem. Ich baue den da hinten. Warte, ich hab einen Grasblock, weg mit dir. Ne. So. Hier sind noch mehr Pilze. Jetzt hab ich den Teleporter aus Versehen versetzt. Ähm, ich setz mal ein. Kiste! Ja, mach auf. Ich setz meine hier an die Stelle. Warte kurz, ich setz mal hier einen hin. Hey, sind eine mehr um Pilze noch mehr. Nehmen sie mit. Ja, ich hab keinen Platz. Ach so. Ja, dann... Wir nehmen auf jeden Fall alles mit. Dann... Alter, wie viel Pilze? Ich... Ich hol mir schnell... Alter. Wow, wow. Falafel. Also hier gefällt's mir richtig. Ähm, wo du jetzt bist oder bei meinem Teleporter? Was meinst du? Ja, das ist ja nur ein paar Meter auseinander, oder nicht? Weiß ich nicht. Ich seh dich noch als Pfeil. Da unten ist nämlich auch Wasser. Ja, hier ist auch ein Meer, so wie das aussieht, oder? Was ist da los? Kann es sein, dass da ein Meer ist? Mich würde auch interessieren, ob man später Boote bauen kann. Was mich interessieren würde, ist, ob die noch ein paar Monster einbauen. Zurzeit gibt's ja nur vier. Jein, es gibt ja in der Erde noch ein paar. Das sind doch immer dieselben. Ja? Also ich hab schon welche gesehen, die haben so ein Auge nur. Und so ein Gockel hab ich mal gesehen. So eine Art Gockel. Ach, das ist ja geil. Du landest, wenn du stirbst, direkt an deinem Teleporter. Du wolltest mich gerade töten, du kleine Miske. Pilz. Hast du die Pilze? Hier, Pilze, Pilze. Dann ist noch ein Quartier. Okay, okay. Okay, warte, warte, was ist das hier? Der ist aber auch gerade gesporen. Das hier ist ein schöner Fleck. Den nehmen wir, den nehmen wir jetzt. Hier, diese Einbuchtung hier. Die machen wir noch ein bisschen gerade. Und dann bauen wir uns hier erstmal ein provisorisches Häuschen. Genau, nimm die Blätter weg. Gute Idee. Muss ich mal gucken, wie... Oh, ich hab keinen Platz. Mein Inventar ist voll, ja. Dann lass mich mal, dann... Ach, hier ist ein Crafting Table. Gut. Den hast du hingestellt, ne? So, ich mach jetzt Kisten. Ich mach jetzt Kisten. Boah, hier unten am Fluss ist auch schön. Oh, wie schön das hier ist. Ja, auf der Seite bleiben wir auch. Ich hoffe, die sind jetzt in meinem Inventar, die Kisten. Ach du Scheiße. Leck des Todes. Oh, nein. 2 FPS. Sind sie? Sind sie? Sind sie? Sind sie in meinem Inventar? Oh, du hast die Pilze nicht geholt. Konnte ich die jetzt... Sind die jetzt gelöscht? Oh, nein. Oder hab ich einfach... Nein. Lass sie nicht gelöscht sein. Ah, oh. Hier ist ja schön. Oh, hier gefällt's mir. Was ist denn das da? Gut, ich könnte noch zwei Kisten bauen, wenn nicht. Ja. Ich muss was wegschmeißen. Ich muss was wegschmeißen jetzt langsam. Yes. Oh, jetzt hab ich meine Teleport da schon wieder versetzt. Was ist nervig. Okay, ich muss noch einen Prozessor bauen, sagtest du. Bau keine Sachen... Oder nimm keine Sachen aus dem Crafting Table, wenn dein Inventar voll ist. Sonst sind sie weg. Wozu kurz die Pilze hier? Ähm, ich will gerade mal Kisten bauen, ganz gerne, damit ich meinen Inventar ein bisschen leer machen kann. Aber dafür muss ich noch einen neuen Prozessor bauen. Und weißt du, wir bauen auf dieser Ebene hier... Kann ich noch, sehr gut. Gott sei Dank. Hier bauen wir das Haus hin, hab ich beschlossen. Wir holen diese Erdschicht noch weg, die zwei. Und bauen dann das Loch hier unten zu. Und haben wir... Hier ist noch eine Höhle, das ist perfekt. Willst du mich veräppeln? Was denn? Der sagt, ein Prozessor dauert 20 Stunden zu craften. 20 Stunden, 29 Minuten. Hast du nicht schon eingebaut? Ja. Ich hab zwei Crafting-Tables, was ist da los? Das kann nicht sein. Ich hab nix zum Weg, wir haben schon. Das kann doch nicht sein, das ist... Da stimmt doch irgendwas nicht. Ich baue jetzt den Crafting... Kann ich nicht abbauen? Ich baue hier kurz mal ein paar Holzdinger hin. Weil der gerade am Craften ist. Kann ich abbrechen? Nein. Bitte nicht kaputt machen. Danke. Was ist denn jetzt los? Das kann aber ja... Wenn mir irgendwas nicht stimmen... So, dann baue ich mir halt hier noch ein Pro... Ey, bei mir ist gerade... Ne, doch nicht. So, Craft. Schade, dass du es dir dazu voll geholt hast. Was? Wieso denn 20 Stunden? Dann gehe ich halt zum alten Crafting-Machine, zum alten Prozessor. Ist mir doch jetzt egal. Ja, hier wo du gerade hinluckst, sind noch ganz viele Pilze bei der Krabbe. Ja, heute ist es leider die letzte Folge. Für diese Session. Alter, ich habe gerade mega Lacks. Ach, vielleicht sind auch die... Was heißt Lacks? Frame Drops, das liegt ja mal im Rechner, aber... Aber irgendwas kann da nicht stimmen. Also dieser Prozessor, den ich gerade bauen will, der dauert angeblich 20 Stunden. Einen Prozessor? Warum bauen wir noch einen Prozessor? Ich konnte den alten nicht abbauen. Deswegen habe ich einen neuen gebaut. Ach so. Aber... Hattest du schon dieses Stone-Ding? Dieses Stone-Mining-Song? Ja, ja, ja. Hat aber nicht funktioniert. Ja, dann kann man es nicht abbauen. Nee. Ich muss jetzt zurücklaufen und den alten Prozessor benutzen. Ja, dann lass mich einbauen. Ja, oder mach du das, ja. Ja, gut. Kommst du kurz her? Ja. Hast du die Pilze alle geholt? Ja. Bauen wir die Erdschicht noch ab. Ich will auf der Erde, wo wir hier gerade draufstehen, auf der Höhe, will ich alles haben. Ich würde das Loch hier noch zumachen mit Gras. Hier willst du bauen? Dann ist das ganz cool. Dann brauche ich ein Crafting-Tippel, ne? Also da unten stehen zwei. Aber die sind, die sind beide blockiert, glaube ich. Ich kann die auch nicht mehr abbauen, weil da Prozessor drin ist. Siehst du das auch, 20 Stunden? Ach so. Nee, deiner ist fertig. Den kannst du rausnehmen. Hä? Ich glaube, das ist ein Bug. Bei mir, ich kann den nicht rausnehmen. Sonst nimm du den raus und setz den mal. Ja, würde ich ja, aber ich habe keinen Platz mehr. Dann schmeißt du was weg. Ja, das ist das Problem. Weißt du was? Ich logge mich kurz aus und wieder ein. Das, glaube ich, hilft schon. Warte, ich habe ne Idee. Ich gehe trotzdem kurz raus und wieder rein. Da kann ja irgendwas nicht stimmen. Ich habe ihn. So, Joining World. Ähm. Dann lass uns erstmal eine Grundebene für unser Haus bauen. Ja. Damit wir wissen, wo wir den hinstellen, wenn wir ihn abbauen können. Aber ich glaube, Gras wächst noch nicht auf Dirt. Also du musst Grasblöcke abbauen und sie setzen, wenn du Gras haben möchtest. Ja, ist ja erstmal egal, was für den Boden. Wir müssen erstmal die Ebene hier abbauen. Ja. Habe ich noch Gras im Evental. Das ist mir mal gespannt. Wie hoch kann man stecken? Ah ja, jetzt kann ich ihn nehmen. Das war nur ein Bug. Ja, ich habe den auch schon rausgenommen. Ja, ich habe im anderen auch noch einen gebaut. Jetzt haben wir zwei. Egal. Ups, Alter. Ja, ich muss mich kurz aufstoßen. Ah, gut. Ja, dann pack mal eine Truhe und einen nehmen wir mit rein. Ich muss jetzt neue Truhen machen. Die alten Truhen gehen verloren. Also, hast du einen aufgestellt? Warte. Ein Prozessor, ja. Oh, ich kann Blutpigment machen. Oh, lecker. Und weg. Und weg. Twines machen. Also, äh, Twines. Also, äh, Twine. Ah, lecker. Yeah, Baby. Ich will mal gerade was testen. Gleich. Und das ist ja mein Lampstone da. Den brauchen wir noch. Vielleicht. Den habe ich schön abgebaut mit meinem Stone-Ding hier. Ähm, und die Holzdinger, die ich da hinterm Haus gebaut habe, die sind auch cool. Weiß nicht für was, aber als Dekoration zum Noten Garten. Ich sehe keine Kiste im Inventar. Was ich richtig toll finde, dass wir einer von drei Kanälen sind. Also, wir zwei sind zwei von drei Kanälen in Deutschland, die das Ding noch aktuell let's playen. Ja, wir sind eine Rarität. Ja. Ich bin mal gespannt, wie viel jetzt noch anfangen von unseren Zuschauern oder Kollegen von Let's Play. Also, wenn ihr wegen uns anfangt, dann seid so freundlich und verlinkt uns. Wir sind nicht klickgeil oder so. Nein, wir sind nicht klickgeil. Wie kommt ihr da drauf? Also, hier unten stehen jetzt vier verfickte, äh, Entschuldigung. Hier unten stehen vier Holzkisten. Oh, das würde mich noch interessieren. Wenn die Monster verbrennen, wobben die was? Nee, ne? Weiß ich nicht. Schade. Nee, hab grad geguckt. Also, ich weiß nicht, ich kann nur alle Pilze wegpacken. Das ist natürlich doch. Oh, ich bin wieder 50.000 Blöcke gesprungen. Das Problem ist, dass wir die Folge jetzt beenden. Nein. Wollen wir nicht heute ein bisschen Überlänge machen? Nur diese Folge. Ja, sind wir ja dabei schon. Okay, dann machen wir noch ein bisschen mehr Überlänge. Ich hab grad Kisten gebaut, Alter. Grade Kisten gebaut. Dann wollen wir noch eine Folge aufnehmen. Das sehen wir gleich. Okay, dann machen wir hier erstmal Schluss. Ich baue erstmal ein provisorisches Haus, ne? Wir haben die Anmode gemacht, weil ich das. Okay, dann machen wir kurz eine Pause. Ach, wir machen eh keine richtige Anmode, ne? Also, ist egal. Ist ja egal. An der Stelle bedanken wir uns erstmal fürs Aufnehmen. Vielleicht machen wir jetzt kurz noch eine Folge. Ich würde nämlich das Haus noch gerne... Und fürs Zusehen bedanken wir uns auch. Ja, mein ich ja. Mann. Geil. Geil. Nein, ich lache mit dir. Ich lache mit dir. Bis zur nächsten Folge, meine Freunde. Macht's gut. Immer schön fresh bleiben, ja. Oh yeah, es kommt in mein Wort. Bis dann. Ciao. 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 Ciao.